Meinetwegen. Aber darüber vergehen Stunden und Tage, sodass der Loribel einen großen Vorsprung hat, ehe wir zum Auslaufen kommen. Ach, der Teufel hole ihn. Die anderen schwiegen. Sie mussten sich gestehen, dass die Worte des braven Seemannes nur zu wohlbegründet seien. Ich kann das wohl kaum bezweifeln, meinte Tresco endlich. Aber hier halten und das Meer angucken, das führt zu nichts. Jedenfalls hat er schon genug Verfolger auf der Ferse, das ist ein Trost für uns. Und nach müssen wir auf jeden Fall. Aber wohin? Die Übrigen sahen den Steuermann fragend an. War der Loribel gut mit Proviant versehen, so haben sie jedenfalls die Route nach Japan oder Australien eingeschlagen. War er aber schlecht verproviantiert, so sind sie nach dem Süden, um sich an irgendeinem Ort der Westküste mit dem Nötigen zu versehen. Die Wahrheit dieser Ansicht leuchtete allen ein. So werden wir die darauf bezügliche Erkundigung einziehen. Vorwärts! Er munterte Tresco. Er ritt mit Sam Firegun voran. Kennt ihr ein Haus, das Nuggets kauft, Connor? Dieser nickte. Hm, Bellhorst und Company. Habe schon früher mit diesen Leuten zu tun gehabt, die mich wohl noch kennen werden. Ist es weit zu ihnen? Nein. Ihr Office liegt an unserem Weg nach dem Hafen. Alle gaben ihren Stuten und Hengsten die Spore. Dramat Untertitelung des ZDF, 2020